Huhu, ich bin Manuela Starkmann. Da bist du ja wieder bei meinem Podcast Liebe Deine Klarheit für mehr Sinn, Spaß, Spirit in Deinem Leben. Dieser Podcast ist nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Und du wirst wie immer mich als Träger der Geschichte hören und gleichzeitig ist der Subtext nur für dich. Ich habe hohe Schuhe geliebt. Also nicht so fies hohe Schuhe, sondern einfach hohe Schuhe. Ich fand die sehr weiblich, fraulich, sinnlich. Und ja, es ist so ein eigener Kleidungsstil und manches passt einfach unfassbar gut mit hohen Schuhen zusammen. Und ich habe, ich denke, abgezogen von der Anfangszeit als Kind und Jugendliche, viele Jahre, ich glaube schon so bis ungefähr 40, 45, dann wirklich gerne hohe Schuhe getragen und die passenden Outfits. Und Frauen wissen, Outfits gehören zu Schuhen. So, manches kann man nicht tragen. Das passt eigentlich, und das ist das Zauberwort nicht, mit zum Beispiel flacheren Schuhen zusammen. Also das ist ein Bild, das gehört zusammen. Nochmal Hinweis, nein, dieser Podcast ist nicht nur für Frauen, sondern natürlich auch für die Männer. Okay, meine Geschichte. Ich habe gern hohe Schuhe getragen, beziehungsweise ich habe mir über Schuhe keine wirklichen Gedanken gemacht, aber es waren eben hohe Schuhe mit dabei. Und wenn ich jetzt mal den Part weglasse, wie ich mich als Jugendliche gefühlt habe, sondern es jetzt wirklich so um die Zeit geht, als der Wandel kam, dass ich einfach keine hohen Schuhe mehr körperlich tragen wollte, dann mag ich genau zu diesem Punkt gehen. Und ich denke, der ist jetzt wirklich fünf bis zehn Jahre her. Und für mich war es körperlich der Aspekt, es ist also vielleicht ein Podcast weniger für Frauen, sondern vielleicht eher für Menschen ab um die 40. Es kam der Moment, vielleicht kennst du den auch oder lass dich darauf vorbereiten, wo es mir wichtig war, bequem angezogen zu sein. Ich weiß noch, dass meine Mama, eine wunderschöne Frau, in den 60ern natürlich die Pfennig-Absatz-Schuhe anhatte und ja, durch den Krieg auch nicht immer die besten Schuhe getragen hat und mir einfach immer wieder gesagt hat, na ja, Kind, weißt du, wenn du mal älter sein wirst, dann wirst du die hohen Schuhe nicht mehr mögen, weil dann haben die die Füße verdorben und dann legst du auf was anderes wert. Und ich habe immer sie belächelt und gesagt so, ach du, komm Hase, erzähl mal nix. Ich weiß schon, was ich trage und meine Füße kommen mit den Schuhen und auch mit dem dazu passenden Outfit gut klar. Ja? Dann kam aber dennoch in der Tat bei mir eben die Zeit, wo ich gemerkt habe, die hohen Schuhe, die, die ich wirklich jahrelang als Lieblingsschuhe auch hatte, das waren echt schon hohe Teile. Die habe ich den ganzen Tag im Vertriebscoaching angehabt. Das heißt, frühs ins Auto steigen und den ganzen Tag einen Außendienstmitarbeiter bei seinen Kundenbesuchen zu begleiten. Ja, da fährt man mal direkt auf den Hof des Kunden, steigt aus und läuft in ein Gebäude rein. Also egal. Es gab aber auch noch, das weiß ich noch, eine wunderschöne alte Stadt mit Pflastersteinen. Hohe Schuhe, schmaler Absatz, das war kacke. Aber die Schuhe waren lange ernsthaft bequem für mich. Nicht jeder hohe Schuh ist unbequem. Und dennoch kam die Zeit, wo genau diese Schuhe, die ich weiß, der Kuckuck wie lange hatte und viele andere, nicht mehr mein Ding waren. Es kam ein Wandel. Es kam auch der Wandel, wo ich gemerkt habe, ich habe keine Lust mehr auf diese scheiß Hosenanzüge. Ja, ich habe total schnell gepackt. Ich glaube, ich habe noch nie im Leben so schnell gepackt wie mit Hosenanzüge. Hosenanzug, Bluse, fertig. Da muss ich mir keinen Kopf machen, wie passt was, wie zusammen. Bin ich warm genug angezogen? Habe ich was zum Ausziehen? Passt der Lagenlook im Sinne von zusätzlichen Temperaturen? Es kam ein Wandel. Es kam auch ein Wandel für meine Füße. Ich hatte das totale Bedürfnis, flache Schuhe anzuziehen mit Einlagen. Ich hatte das Bedürfnis, dass die Hosen gerne eng im Sinne von vom Schnitt her eine Skinnyhose sein dürfen, aber weit um den Bauch. Und dann stand ich irgendwann eher ziemlich verloren da, weil das, was ich vorher mit bedenke auch, ich bin jetzt 50, das ist 10 Jahre zurück, also 40, selbst mit 45, mein in Anführungszeichen Stil war irgendwie weg, verwirrt, verloren gegangen. Weil grundsätzlich, trotz aller Unsicherheit, das ist sicher auch irgendwann mal ein Podcast wert, hatte ich grundsätzlich schon so meinen Stil im Außen. Aber da sich in meinem Innen was verändert hatte und für mich das im wahrsten Sinne des Wortes im Außen nicht mehr gepasst hat, war es so ein, ja, wie bin ich denn jetzt? Und was trage ich, dass es zu meinem Innen passt? Ohne irgendetwas zu tragen, was wiederum nicht zu meinem Innen passt. Also Beispiel, ich wollte einfach nicht ökig aussehen. Ich möchte auch in dem Wandel vegan alles Mögliche tun, Tierleid zu befreien. Also die Tiere vom Leid zu befreien und einfach mit meiner Wahl und auch im Wandel der Kaufentscheidung schauen, dass das, was ich tue, gut ist. Ja, und irgendwie war ich verloren. Und weißt du, ich glaube sogar, wie immer auch, als ich als Jugendliche noch total unsicher war und mich hässlich fand, war es wahrscheinlich wieder das Gleiche, dass die Leute mich anschauen und sich wahrscheinlich denken, etwas wie, sieht gut aus. Und ich im Inneren dachte mir nur, pfff, geht gar nicht. Und ich habe das große Glück und den großen Segen, für mich den wunderbarsten Mann des Universums zu haben. Und mein Mann ist auch mein bester Freund. Und wenn ich dir jetzt sage, ich bin 50 und so vor 10 Jahren, um die 5 Jahre, ging dieses Thema los und ich bin seit über 8 Jahren mit meinem Mann zusammen, hat er natürlich als mein bester Freund meine Gedanken da auch gehört. Im Sinne von, Mensch, ich mag jetzt irgendwie andere Sachen anziehen. Ich mag es nicht mehr irgendwie so, ja, ich mag nicht mehr hohe Schuhe, Hosenanzüge, enge Sachen, irgendwas in der Außendarstellung, damit ich konform und uniform bin. Ich mag ich sein. Ich mag lustig aussehen. Ich mag mich nicht ernst nehmen und das auch in meiner Kleidung zeigen. Ich möchte grundsätzlich mehr flache Schuhe tragen, plus in die ich auch noch meine Einlagen reinbringe. Ich brauche Platz um den Bauch. Ich kann das nicht mehr haben, wenn eine Hose um den Bauch rum zu eng ist, weil irgendwie der Gürtel drauf sein muss oder warum auch immer. Aber was trage ich denn? Ich sehe irgendwie mit den alten Sachen aus wie zusammengestellt, irgendwie wie so ein Ersatzteillager. Irgendwie passt nichts mehr, weil das ist alles aus einer anderen Zeit. Also, verstehe mich richtig, es war einfach nicht mehr ich. Kennst du das, wie wenn du Fotos von dir anschaust und denkst, ja, ich kenne den Mensch. Aber irgendwie hat der mit mir nur noch wenig zu tun. Und so war es. Also, es hat, um es ganz, ganz klar auszudrücken, für den Fall, dass ich zu subtil war, es hat eben dann nichts mehr rein mit der Außenwirkung, also trag einen Hosenanzug, weil das gehört sich so im Business als Beispiel zu tun gehabt, sondern dieses, ich will, so wie ich mich im Innen fühle, auch als äußere Hülle tragen, weil es hier einfach üblich ist, dass man Kleidung trägt und es auch von der Temperatur aus meiner Sicht stimmig ist. Was ist das? Also, es geht nicht um in Modehefte schauen und zu schauen, was ist denn gerade in, im absoluten Gegenteil. Es geht darum, wer bin ich und so wie ich mich weiterentwickelt habe, was passt zu mir und wie kann ich es kombinieren? Wie kann ich es kombinieren, dass ich es anziehe und ab dem Moment wie früher, so war das früher, vergesse, wie ich aussehe. Weißt du, Zähne putzen, duschen, eincremen, anziehen, fertig. So ist das für mich. Ich habe weder die Zeit noch die Lust, auch schon früher mit den Hohenschuhen, dann großes Bim Bam Burium zu machen. Wenn einmal klar ist, fertig, passt, dann ist das, bis ich abends wieder Zähne putze und was anderes anziehe, nämlich meinen Schlafanzug, kein Thema. Und das ist für mich so einfach, so leicht. Das wollte ich wiederhaben mit der Weiterentwicklung nicht mit Klamotten, die in ein Unternehmen passen, weil man eben sich so anpasst, sondern mit etwas, was wirklich ich bin. Ich. Und zwar nicht, damit es andere schön finden. Das ist mir egal. Sondern damit ich es schön finde. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, dass das, was du trägst, anderen gefällt. Es geht darum, dass du dich so wohldagend fühlst, dass es überhaupt keine Frage und auch kein Thema ist, was du anhast. Und auf der Suche war ich. Und in den acht Jahren hat mein Mann das oft gehört, das, was ich dir jetzt erzähle. Und er ist ein sehr schlauer Mann. Er hört zu. Und er ist so schlau, dass er nicht immer eine Lösung gibt, sondern versteht, ich kommuniziere gerade mein Gefühl, meinen Wandel, mein, ich habe mich innen verändert und das nahe innen auf meiner Haut, das hat noch nichts mit den anderen Menschen zu tun, nochmal gesagt. Was, was ist das, was, was ich in mir trage, wie ich es auch um mich herum trage? So wird es vielleicht am besten deutlich. Was ist das? Weil es hat einfach nicht mehr gepasst, manche Sachen, die ich hatte, die alten Sachen auf einmal mit flachen Schuhen zu kombinieren. Das war irgendwie für mich unrund. Das war irgendwie, als würde ich noch ein Teil alte Manuela anziehen. Die gab es aber so nicht mehr. Das hat keinen Sinn mehr ergeben. Und dieses, oh, ich möchte gerne flache Schuhe mit Einlagen und weite Sachen, die nicht zwicken und bunt und vielleicht doch auch mal weiß und auch wieder schwarz und ach, welche Farben und welche Muster und die Haare, das kam ja auch mit dazu, die waren halt nicht mehr braun, sprich braun, nachgefärbt, sondern die habe ich ungefähr rauswachsen lassen. Also zum einen waren sie weiß und zum anderen sind sie länger und länger geworden. Ich habe meine Haare jetzt ja so, dass ich sie in die Hose stecken kann. Die sind taillenlang. Ich hatte meine Haare in den letzten Jahren so lang wie noch nie in meinem Leben. Ja, wie bringe ich das alles unter einen Hut? Und irgendwann hat mein weiser Mann gesagt, wear it with attitude. Hä? Wear it with attitude. Das heißt nicht das. Trag's mit Haltung. Wie trag's mit Haltung? Ich weiß überhaupt nicht, was ich anziehen soll. Wie soll ich's dann mit Haltung tragen? Manuela, egal was du anziehst und wenn's ein Kartoffelsack ist, wenn du es beziehungsweise ihn mit Haltung trägst, dann sieht's gut aus. Dann passt das zu dir. ich glaube, ich habe ich glaube schon, ich habe viele Monate, vielleicht sogar Jahre gebraucht, um diesen wirklich einfachen englischen als auch deutschen Satz zu verstehen, tragen und auch ertragen zu können. Weil weißt du, anfangs dachte ich erst, trag's mit Haltung. Ich weiß überhaupt nicht, was ich anziehen soll. Ich weiß überhaupt nicht, was zu mir passt. Was bitte davon soll ich denn mit Haltung tragen? Die alte Manuela, die neue Manuela, die nur nicht weiß, wie sie ist? Was passt denn zu mir? Wenn ich das weiß, dann kann ich's mit Haltung tragen. Aber jetzt sag mir doch einer mal bitte, wer ich bin und was ich tragen soll, damit ich das einheitlich habe. Eine lustige Not, ne? Und wie gesagt, nochmal, ja, ich kann mir vorstellen, dass da noch ein Mühe der Prägung Frauen müssen, schön sein, Frauen müssen das tragen, was gerade innen ist, auch mitwirkt. Und außen. Aber glaub mir, verhältnismäßig wenig, sondern für mich war's wirklich ein, wie bin ich in mir? Und dieses Alte und Außen und dieses Neue plus Innen hat sich nicht gefunden gehabt. Und dieser Satz hat im Kopf schon Sinn ergeben, aber das ist noch nicht angekommen gewesen. Ich wusste nicht, ja, aber wie setze ich das denn um? Und genau das Umsetzen ist ja so oft ein Thema, ne? So viele sind irgendwo oder lesen Bücher und finden das alles auch ganz okay. Aber Umsetzen ist das Problem. Und ich möchte dir ganz pur sagen, ich bin ein Mensch. Ja, ich bin auch Guide, Heiler, ich begleite Menschen medial und ich bin ein Mensch. Mensch und gerade Guide sein bedeutet, dass ich alles Menschliche ja miterlebe und neben all dem Schönen auch meine Lebensthemen habe, meine Weiterentwicklung. Und es ist total schön, weil als Guide gehe ich durch diese verschiedenen Lebensgebiete, mache meine Erfahrungen und und dann mit allem, was ich zusätzlich lerne an Techniken, Methoden und so weiter und so fort, also dieses ganze Spektrum an Wissen, Erfahrung und Intuition, darf ich dann im Guiding, entweder weil ein Mensch persönlich zu mir kommt oder zum Beispiel in einem Event oder auch hier in einem Podcast weitergeben. Das ist dann die Essenz verkürzt, sowohl um zum Beispiel dir zu zeigen, dass du mit deinen Herausforderungen nicht alleine bist. Ich finde, es stärkt schon sehr oft zu wissen, ich spinne nicht alleine, anderen Menschen geht es auch so und zum anderen, ich möchte den Weg nicht abkürzen, ich glaube es nämlich eher andersrum, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Ich möchte es dir einfach ein bisschen leichter machen und der Subtext, du wirst es, wenn du mich ansatzweise kennst, auch durchschauen, es geht nicht wirklich nur um Klamotten und schon gar nicht um meine Klamotten, es geht darum, was kannst du für dich vielleicht bezüglich deinem Kleidungsstil, vielleicht auch bezüglich anderen Themen in deinem Leben aus dieser Geschichte ziehen. Trags mit Haltung. Also ich glaube, ich bin immer noch nicht komplett so weit, meinen aktuellen Stil gefunden zu haben und weißt du was? Das ist wie das Wort perfekt. Viele mögen es nicht, ich sehe es neutral, aber viele sagen ja, ich bin nicht perfekt. Ich sage dazu, vielleicht bist du nicht perfekt. Aus meiner Sicht bist du vollkommen. Immer. Verstehst du den Unterschied? Perfekt, auch mit dem, was die Außenwelt so wünscht, diese Perfektion, woran wir so oft scheitern und an uns zweifeln, ist für'n Arsch. Ich mag synonym viel lieber das gleichbedeutende Wort vollkommen. Vollkommen mit großem voll. Vollkommen sein bedeutet für mich im Innen klar zu sein und damit auch in der Ausstrahlung. Vollkommen bedeutet auch in der persönlichen Entwicklung, Weiterentwicklung, vollkommen zu sein im Jetzt. Und das beinhaltet auch, dass das Jetzt in fünf Sekunden schon wieder eine Weiterentwicklung beinhaltet. Also gerade dieser Punkt der Perfektion, der sich für mich oft so anhört, als würde es dann so sein, als wäre es dann beendet mit der Weiterentwicklung, ist bei dem Wort vollkommen überhaupt nicht gegeben. Und gleichzeitig bringt dieses Wort so eine Gelassenheit, weil du einfach spüren darfst, du bist in jedem jeweiligen Jetzt vollkommen. Genau so in Ordnung, wie du gerade bist. Und gleichzeitig wirst du dich in jedem jeweiligen Jetzt weiterentwickeln. Und das wird auch zum Beispiel der Kleidungsstil sein. Ich nähere mich dem, aber ich habe ihn nicht, weißt du, perfekt wäre, ich hätte ihn Haken dran und jetzt bleibt er so, bis ich sterbe. Das ist doch totaler Käse. Wir haben doch immer einen Wandel, so wie wir vielleicht mal eine Zeit lang irgendetwas besonders gerne essen und dann das überhaupt nicht mehr mögen. Das ist doch eine permanente Entwicklung, um verrückt zu sein. Ich finde, sich ausrüppeln ist eine total tolle Idee und sich dann woanders hinzustellen, vielleicht sogar da, wo man wirklich hingehört, anstatt wo man über sein Leben über von anderen hingestellt worden ist, um eben nicht mehr konform und uniform zu sein, sich zu verbiegen, sondern so zu sein, wie man wirklich ist. Und ich glaube, jeder Mensch ist aus sich heraus als weise, liebevolle, göttliche Seele total lustig, nimmt sich nicht so ernst und hat einfach Spaß, in dem Fall am Leben, in das man gerade inkarniert ist. Dafür ist man ja inkarniert. Ja, auch um Überlegungen zu haben, wie zum Beispiel Trags mit Haltung. Tja, Trags mit Haltung. Und zwar unabhängig, ob es deine Kleidung ist. Die Gegebenheiten, die an dich rankommen. Die schönen Situationen mit den Menschen, genauso wie die Herausfordernden. Trags mit Haltung bedeutet, sei in deiner Klarheit, sei in deiner klaren inneren Einstellung in Selbstliebe zu dir. Und ja, klamottentechnisch könntest du dann wahrscheinlich auch einen Kartoffelsack tragen. Doch es geht ja darum, wenn du in dir klar bist, strahlst du doch was ganz anderes aus, als wenn du unklar bist. Wenn du in dir klar bist, wirst du merken, dass das Leben leichter wird, weil auch die anderen Menschen, neben denen, die du als Sparringspartner zur Weiterentwicklung brauchst, wirst du feststellen, das wird einfacher, weil du einfach so rund bist. Und an was runden reiben sich die Menschen nicht mehr, weil sie haben keinen Haken, wo sie irgendwas dran hinhängen können. Also ich erlebe es in meinen Entwicklungsphasen, in meiner Selbstbeobachtung, dass ich mich immer runder fühle und immer besser mit Menschen klarkomme und gleichzeitig auch die Menschen in meinem Leben habe, ob jetzt privat oder die Kunden, die zu mir kommen, zum Guiding, zum Event, dass das alles so passend ist. Es passt, weißt du? Und es passt so auf einmal ohne großes Zutun, ohne Verkopfen, ohne Ansprüche im Außen zu erfüllen, sondern es ist dieses Ich Bin. Und da ist ein Punkt dran, ne? Ich Bin. Und genau das wünsche ich dir. Und ich freue mich, wenn du auf meiner Homepage bist und bei den Podcasts kannst du einen Kommentar hinterlassen, übrigens bei jedem der 130. Wenn du schaust, du wirst echt eine riesen Vielfalt an Podcasts finden. Ganz einfach, weil die Basis oder wenn es dir besser gefällt, der Rahmen immer Klarheit ist. Ich freue mich, wenn du zum Guiding kommen magst, wenn du sagst, ich weiß, was du meinst, Manuela, aber ich habe da ein Thema, nicht meine Kleidung, ich habe da ein Thema, da hätte ich gerne mehr Klarheit, da möchte ich meine Klarheit finden. Dann komm zum Guiding, ganz einfach, manuelastarkmann.com und wo du auch übrigens hinkommen kannst, ist, ich bin in der nächsten Zeit oft in Österreich. Ende November habe ich meine Tour und im Januar bin ich bei den Healing Days. Da wirst du in Kürze ganz viel auf meiner Homepage zu finden. Also im wahrsten Sinne des Wortes komm zu Manuela Starkmann oder andersrum. www.manuela Starkmann.com Und bis dahin trag's mit Haltung. Alles Liebe, Gesundheit und Frieden, dein Guide und Healer, Manuela Starkmann. Liebe deine Klarheit. Liebe